Hallo, hallo, hallo! Hier ist Elise, wieder vom Account Zwergenschilte. Wir spielen Seven Days to Die. Ja. Hier ist der Zwergenschilte. Kannst du mich auch ruhig mal wieder mit vorstellen? Ja, klar kann ich, aber will ich aber nicht Zwergenschilte. Kann ich vielleicht erfahren, warum? Weil ich dich nicht leiden kann. War das deutlich genug? Ja, so ein bisschen hier. Ich hab's zu sehen. So, und jetzt werde ich nicht auf meine Brücke setzen, Wir setzen und nie wieder runter gehen! Ja, wusste nicht! Hey, glaubst du wohl selber nicht, Zwergenschild, oder was? Hier wollte ich hin, als ich auf die Tretmine gelatscht, bin ich Idiotin! Wohnt ja gar keiner mehr! Hier, wollt du deinen Buch hinlegen? Nee, Zwergenschild, ich wollt hier gucken, ob das hier auch nicht is! Oah, oah, oah! Oah, oah, oah! Oah, oah! Das war's. Ja, wo sind sie denn? Sag mal her. Mann, ihr Großklapp. Ihr mit euren großen Klappen. Komm her, wenn ihr dich traust. Alle weg. Hab ich doch gewusst. Na ja, gut, dann sind sie jetzt. So, da kommen noch vier, fünf Stück. Und dann sind das alle hier auserstarrt. Wo bist du? Ach, da unten wieder. Hat er mir schon wieder die Knochen gebrochen, die blöde Sau? Ein Moment. Jetzt nehmen wir erstmal den Helm auf. Und wo haben wir? Hier haben wir. So... 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 So, ist jetzt Ruhe? Nee, da ist nur einer. Den sehe ich selber, Zwergschilte. Jetzt hätte ich ruhig was sagen können. Ja, was hätte ich denn sagen sollen? Ja, Elise, weiter so. Weiter so, Elise. Du, ich Zwergschilte, das mache ich doch die ganze Zeit. Sieht so aus, als wenn du dich hinstellst und die verpugeln lässt du. Ja klar, wie das immer aussieht. Nehmen wir auf, ist egal. Oh, ein Tresor, guck mal. Da ist dann wohl auch nicht drin. Du bist ja schon wieder so negativ, Zwergschilte. Ist doch kein Wunder, dass das nix gibt hier. Du glaubst gar nicht an deine Elise. Doch, ich glaube an dich. Antigen Riffel. Hab ich doch einen Antigen Riffel, oder? Ja, ich meine ja. In dem Backpack, äh, was du da irgendwo an der Brücke verloren hast. Wir haben jetzt auf mit die Brücke, Zwergschilte. Hau, die mich durch das Holzstück da. Hast du sowas schon mal gesehen? Ja, gerade. Da ist nie, ja gerade. Dann würde ich sagen, ja gerade hab ich das gesehen. Wo sind die Bücher? Ach, da. Oh, falsches Buch. Mann. Da hab ich gedacht, die haben hier die Bücher. Und was ist nix? Nix haben die, die armen Schweine. Der Kanickel tut mir auch leid. Du meinst, weil er da immerhin dauernd stirbt? Ja, Zwergschilte. Ne, nicht weil er stirbt, weil ich den nicht finde, Zwergschilte. Kanickel schmeckt gut. Da ist nie, ha. Moment. Erst mal die vier. Na, wieder die sechs. Die kam ich doch gerade raus, oder? Ich weiß nicht. Sieht so aus. Ja sicher. Sag das doch eher, Zwergschilte. Und wenn's mir viel zu nahe in den Kakteen herrum. Die tun geht, das weißt du doch. Zwergschilte, die Lise ist schon vorsichtig. Ich glaube, hier finde ich auch kein Buch. So ein Mist. So ein Mist. So, jetzt die Hälfte von der Stadt haben wir rum, Zwergenschilte. Und kein Buch. Ja, ich weiß, aber ich kann dir auch kein Buch in die Tasche zahlen. Sollte es aber als Regisseur hier ein Buch hinbringen. Mann, 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 Mann. Ja, aber die sind jetzt schon wieder. Ich will das Buch haben, Zwergenschilte. Ja, aber anscheinend will das dich nicht. Ja, sicher habe ich schon... Noch nie habe ich so ein dummes Zeug gehört, Zwergenschilte. Hier ist eine großartige Hand in den Riffen. Es war eine große und keine großartige. Willst du mich korrigieren, Zwergenschilte? Muss er wirklich sein? Ja, also manchmal schon. Da war ich doch auch schon drin. Jetzt merkt ihr doch mal die Räume, in denen du warst. Ja, will er nicht. Doch, jetzt. Maaann, ey. Was ist denn da für... Ja, vielleicht ist da auch in irgendeiner Abfalltüte. Ja, sicher. So blöde können doch bloß die Funpims sein. Und die sind Leute veralbereiben, wenn die sowas machen. Wir waren hier, warst du schon. Ja, sieht so aus. Moment, dann müssen wir da durch und dann auch da hinten wieder raus, ne? Ich meine ja. Ich meine ja, Zwergenschilte. Merk dir das mal. Da war ich auch schon. Wird nicht besser hier, Zwergenschilte? Dann geh doch einfach in die andere Richtung. Boah, du hast nicht mal kluge Pläne. Das ist ja unglaublich, Zwergenschilte. Als wenn die Liese da nicht allein drauf gekommen wär. Wird mir kreist mich dann an. Weil das Spaß macht, Zwergenschilte. Was? An mir kann, macht Spaß? Ja, sicher. So, und hier war ich auch schon. Wann ein Scheiß, schon wieder kein Buch. Mensch, 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 Mensch. Was soll denn sowas? Ja, ich hab so große Stücke auf dich gehalten. Ja, und jetzt? Jetzt bist du zweimal durch Dummheit gestorben. Einmal durch Dummheit und einmal durch Leichtschil. Ja, klar, Zwergenschilte. Ich war jetzt nicht ganz clever mit dem Mittertreten. Das gebe ich zu, aber ich wollte unbedingt hier in die Stadt. Und ich gedacht hab, hier wär das Buch drin. Das ist ja nicht. Ja, das sehe ich selber Zwergenschilte. Weißt du, was du machen kannst? Ne. Da steckt doch mal dein Kopf ins Katzenflo. Da kannst du mal einen richtigen Abend zunehmen, du. Ja, du hast ja vielleicht schlechte Ideen, du. Das ist keine schlechte Idee, aber das macht dir die Nase frei. Da kannst du so, 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 äh, erkältet sein, wie ihr willst. Da tränen dir die Augen hinterher. So wie die Nase sollst du davon mal nehmen. Das ist aber ein wenig unappetitlich. Ne, nicht für dich, nicht für mich, Zwergenschilte. Du musst das machen, nicht ich. Ja, sicher. Ich steck meine Nase ins Katzenflo, sonst geht's dir gut, ne? Naja, es geht so. Ich hätt ja lieber... Ja, warte. Ich wär lieber nicht gestorben. Ich hätt ja jetzt auch lieber das Buch. Aber so ne Katzenflo-Nase, die hat was Zwergenschilte. Ja, sei du mal irgendwann mal bei mir zu Besuch. Ich hab ein Katzenflo, da kannst du dich dann reinhocken und die ganze Nacht schlafen. Ja, ich nicht, Zwergenschilte. Wo geht's jetzt zur Brücke? So, daher. Dann rechts. Hättest du mir auch sagen können, Zwergenschilte. Hättest du ja auch fragen können. Ja, wie, werd ich denn jetzt mit dir als Regisseur? Willst du aufhören, oder was? Ich will hier nicht aufhören. Ich bin ganz bestimmt nicht als Regisseur. Dann streng dich mal ein bisschen mehr an. Und wenn du fast am Einschlafen bist, wie es keine Zwergenschilte, dann kann der Katzenflo, da wirst du wieder wach. Ja, sicher. Du bist mir selber so ein Katzenflo, nur. Bin ich ja gar nicht. Denk dran, dass du da jetzt nicht sofort wieder in die Treten gehst, die liegen da noch. Oh, Zwergenschilte, du bist da von alleine draufgekommen, oder hat dir das einer gesagt? Ne, das ist durch Nachdenken passiert. Da bin ich von ganz alleine draufgekommen. So, jetzt sind wir gleich da. Muss ich neue Patronen machen, ich hab nur noch 87. 85. 85. Und meine 15 sind 100 Patronen, nur noch, das reicht nicht. Ne, ne, das reicht nicht. Ich hoffe, ich hab da noch welche. Was welche? Am Messinghülsen-Zwergenschilte hier, 26. Das ist aber auch ganz schön wenig. Ah, 26, das ist jetzt nicht so viel. Leute. Werdet doch da drüben in der Stadt noch die ganzen, die ganzen Dings abmachen sollen. Wer ist Dings? Die ganzen, äh, Lichter. Da näh' ich jetzt auch mehr. Die ganzen Lampen meinig, Zwergenschilte. Sag doch, was ich mein. Die ganzen Lampen meinig, Zwergenschilte. Sag doch, was ich mein. Was ist das? Mann! So? Moment. Wo ist Wasser? Das ist keins mehr, so wie das aussieht. Hab keins mehr, sagt er. Habt ihr sowas schon mal gehört? Hab keins mehr und ich hab 105 fertig gekocht. Mensch, du bist vielleicht ne Pfeife wie der Malzwergenschelte. Du machst deinen Namen alle Ehre. Mach lieber deine 26 Schuss, die er da ist fertig und dann ist gut. Moment. Ach, da sind die schon. Ewelig jetzt nicht. Guck mal, da hab ich noch Landmieden-Zwergenschelte. Mensch, 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 war das dumm. Das war mega dumm von mir. Ja, wie gut, dass sie das einsiehst. Die Liese sieht gar nix ein, Zwergenschelte. War einfach nur dumm und Pech. Ich glaub, das war mehr dumm als Pech, du. Ja, du schon wieder. Ich such sie jetzt. Ich such sie jetzt. Zwergenschelte, wenn ich das hab, wirst sie das sehen. Was. 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 Wo hab ich denn das jetzt Schwarzpulver hingetan? Au au. Was heißt denn hier? Au au. Was heißt, ich weiß das nicht. Dann sag ich weiß das nicht, Zwergenschüttel. Nicht au au. Hab ich noch Schwarz? Da, siehste, 26 und 12. Ach. Wo sind denn die 26 jetzt schon wieder? Hab ich die schon wieder reingelegt? Moment, machen wir das so. Und so. Moment. Die. Und wo? Ach da. Die. Und wo ist jetzt das Schwarzpulver? Keine Ahnung. Zwergenschüttel, pass doch mal ein bisschen besser auf. Was soll denn das? Da war das Schwarzpulver drin. Musst du nicht so tun, als wenn du keine Ahnung hättest. Das kann ich alles wieder nochmal machen. Nur durch deine Schuld. In mea culpa, in mea culpa, in mea maxima culpa. Ja, hast du recht, Zwergenschüttel. Das ist's. funz probable. Das ist's. Das ist's. Und schwarzpulver drin. Mensch, mach doch da! Ich kann das auch sein lassen, Zwergenschilde. Was ist denn das für ein Geräusch gewesen? Das ist der Wecker. Der hat geklingelt. Ja, klar! So, Moment! Moment, Leute! Ich will gar nicht. Du hast wohl keinen Platz mehr. Mann! So, jetzt bisschen Sicherheit wacht. Tschüss! So, jetzt bin ich wieder auf meine Brücke angekommen, Leute! War zwar eine blöde Idee von mir, aber immerhin bin ich wieder da! Jetzt ist die alte Liese wieder da! Jetzt passiert mir sowas nicht nochmal! Da unten habe ich ja auch schon mal alles fertig gemacht, damit da irgendwo was passiert! Wenn ich da reinfalle, sterbe ich auch! Wow, da muss ich verdammt aufpassen! Ah ja, aber der Zwergenschilde meckert schon wieder! Bis zum nächsten Mal! Tschüssi! Tschüssi! Und dann diese Läser-gen für j bruja Nucki! Alles klar!